Ey, ich kann den nicht hinterher mir schleppen, weil diese Mechanik zu blöd ist. Das gibt's doch nicht. SnowRunner dismounted Objekte, wenn sie zu weit weg sind. Das hier ist kein Objekt mehr für den Truck da hinten. Ja und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Okay, SnowRunner-Dorfer-Truck-Simulator, Folge 344. Hier waren wir erstmal stehen, nehmen wir jetzt notiert weiter. Wir sind bei der Mission Papierfabrik Abschnitt A. Wir sind noch dabei, die ganzen Materialien da hinzubringen. Jetzt haben wir leider nur vier Kraftstoffe, weil uns zwei in der letzten Folge abgefallen sind. Die müssen wir noch retten. Da wir da eh hin müssen, um den letzten Stahlträger zu holen. Es ist kein Ding. Sollte eigentlich gar kein Problem sein. Wir liefern jetzt noch das ab bei der Papierfabrik und dann fahren wir, denke ich, erstmal wieder in Richtung Werkstatt. Denn dann holen wir nämlich nochmal vier Stahlträger. Sollte müssen wir nochmal einen holen und dann dabei können wir dann die zwei verlorenen Kraftstoffe wieder aufsammeln. Gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Dann müssen wir dann den P12 mitnehmen oder so. Aber das sollte wirklich nicht weiter schlimm sein. Da wir eh noch Stahl von der Werkstatt holen müssen, ist es wirklich nicht weiter schlimm. Den lassen wir dann einfach hinter uns herrollen und dann haben wir das Problem schon mal gar nicht mehr. Dann lassen wir die auf dem Hinweg noch da und werden die auf dem Rückweg dann mitnehmen. Da kann es ja auch wieder sein, dass wir was verlieren. Da hochzukommen hat sich ja als alles andere als einfach erwiesen. Mit diesem Ding hier ist es aber auch utopisch. Egal. Ist nicht weiter schlimm. So. Dann fehlt ja auch nicht mehr viel. Leider müssen wir trotzdem noch zweimal fahren. Naja, wobei müssen wir theoretisch gar nicht. Naja, doch. Ja, durch den Stahlträger müssen wir ja so Betonblöcke müssen wir uns langsam auch Gedanken drum machen. Wir brauchen sechs Stück. Du bietest uns nur zwei. Du bietest uns endlos viele Betonblöcke. Okay, super. Das haben wir dann auch erledigt. Na gut. Können wir es uns auch gleich nehmen, den Truck zu reparieren. Das ist ja dann auch nochmal okay. Ich hätte ja ziemlich viel Federungsdamage bekommen, was ein bisschen unschön ist. Aber... Sollte klappen. Sollte klappen. Sollte klappen. Sollte klappen. Sollte klappen. Ich mach nur einen Scherz. Bitte geh mal. F mich nicht dafür. Denn ich singe einfach zu gut. Ja. Plattenlabel. Ich warte auf einen Vertrag, ne? Ist euch klar. Spaß. Gott, ist das schlecht. So. Das geht ja relativ flott. Hier müssen wir natürlich auch nochmal hin für die Betonblöcke. Da dürfen wir das natürlich auch nicht vertauschen. Kein Bock, Betonplatten dann da anzuschleppen und die passen dann komischerweise nicht. Man kann sie auch nicht umwandeln oder so. Dass das System dann sagt, ja, eins gleich, eine Platte gleich zwei Blöcke oder so. Das funktioniert nicht. So, wir müssen zur Werkstatt wegen erstmal Reparatur. Dann da hinten zum Generatorbereich. Ich hoffe, wir haben noch genug, um vier herzustellen. Der Caterpillar hat ja noch ein bisschen was mehr als 300 Liter im Tank. Ich glaube, wenn wir das noch in den Generator pumpen, dann haben wir genau nochmal genug für vier. Und dann brauchen wir noch einen fünften, um die Metallrollen zu machen. Die zwei Kraftstoff sammeln wir auf. Dann haben wir alles da. Also nächste Folge sehe ich mich da auf jeden Fall fertig. Nächste Folge. Ja, diese Folge, denke ich mal, schaffen wir noch die Lieferung. Sodass wir die Metallrollen quasi komplett haben. Dann müssen wir gucken, ob es mit der Rettungsmission auch noch reicht. Aber dann trotzdem müssen wir nur noch zurück die Betorblöcke holen und dahin. Das ist dann auch relativ simpel. So, in der Werkstatt sind wir ja jetzt auch schon. Das Aufladen dauert jetzt auch nicht gerade lange. Zwei, drei Minütchen haben wir das auch schon. Also. Ah. Ah. So, ich stelle den Anhänger kurz ab. Berg mich. Ich parier mich und dann können wir los. Dann geht das Ganze ja relativ flott. Material besorgen. Das ist sehr gesund fürs Getriebe, habe ich gehört. Um das Getriebe schön durchzuschmieren. Jetzt würde ich alles nur Spaß. Das ist unfassbar, wie viel Damage der hier kriegt. Das ist doch nicht mehr normal. So, komm hier. Was soll denn das jetzt hier? Ja. Bisschen anlehnen hier ist ja auch immer, ist ja auch gar nicht so verkehrt. Weil das wieder scheiße aussah, ne? Ich seh's doch. Ich seh's doch. Lass mal das lieber bleiben. So, hoch an. Schaffst du nicht. Ich seh's doch nicht. So, zack. So, zack. Stahlträger. Wir haben noch 300. Alles klar. Na, Mann, du Wichsgesicht. Ach, jetzt schaff ich's nicht mehr, ne? Ey, der verklärt. Ich hab das nicht angeklickt. Cool. Geil. So, jetzt haben wir ein Problem. Na, das kriegen wir trotzdem hin. 300, reiche ich ihn für 2. Dann müssen wir 150 vom Kolob auch noch nehmen. So, ach, jetzt ist der aber aus, ne? Ah, ne, der ist noch an, aber... Okay, alles klar. So, Quelle, Tank auf Flieger. Guck mal, wir haben auch noch ein bisschen... Ziel ist der Generator. Quelle, Caterpillar. Ah, der Kolob auch. Oh, cool. Da können wir alles rein klatschen. 446. Wir brauchen wie viel? Wir brauchen 450. Haha. Na, dann. Easy. Cool. Quelle, Generator an den Kolob. Hallo? So, 500, 200, reichen dem auch. Perfekt, hat doch geklappt. So, jetzt müssen wir nur die richtigen machen. So. Und noch einer. Alles klar. Da, so. Der Sprit reicht locker aus. Mann, warum juckt eigentlich immer was anderes hier? Doch, kein Spaß. Was war denn erstmal drin hier? Den Gang. 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 Hang. 50,rån Los. Ja. 3. Gottaools. politje. Okay. Fuck. отдел Muir. So. So. Die Hofmann dauert halt immer so ewig. So. Komm. So, komm, 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 komm. So, jetzt können wir weiterfahren. Kraftstoff reich noch bis zur Tanke. Und das Ziel ist ja jetzt erstmal wieder die ja, diese Stahlherstellungs-Dings. Da müssen wir jetzt zweimal fahren. Ja, das ist schon ein bisschen belastend. Wobei wir durch dieses zwei Kraftstoff-Ding eh fahren müssen. Dann fahren wir zweimal. Ja, passt doch. Oh, Moment. Ja, habe ich es auch fast vergessen. Wir brauchen ja unseren Helfer, unseren Freund und Helfer. Ja, der steht selbstverständlich. Aha. Hier. Müssen wir mal holen. Wir brauchen ja wieder unsere zwei Kraftstoffe. He, he. Zack, 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 zack. Äh, zack, zack. Werkstatt, komm, 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 komm. Los, 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 los. Jawohl. Zack, 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 zack. So. Sehr gehen. Zack, zack, zack. Ja. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hihi. Spaß. So. Zack, zack. Zack. Der fährt mit uns mit. Oder wir nehmen den einfach an die Spitze. Das können wir natürlich auch machen. Ach, vorbei, der würde schon überleben, oder? Wie der schon wieder zu weit weg ist. Das gibt's noch nicht. Hey. Ist das eigentlich jetzt hier dein verdammter Witz? Das ist... Ey, ich kann den nicht hinterher mir schleppen, ne? Weil diese Mechanik zu blöd ist. Das gibt's doch nicht. Snowrunner dismounted Objekte, wenn sie zu weit weg sind. Das hier ist kein Objekt mehr für den Truck da hinten. Und ich kann ihn nicht mehr mounten. Gibt's doch nicht. Ach, ja, gut. Dann müssen wir es jetzt halt so machen. Sollten wir noch mal ein bisschen mehr Kontrolle über den Zug. Ja, aber... Man hätte ja auch lieber das stärkere Glied vorne gehabt. Egal. Komm. Auch schön in Phase 4 wird ein neues Feature hinzukommen, wo man den Motor des Windenfahrzeugs auch rausschalten kann. Das heißt, wenn der Truck stark genug ist, verbraucht der Truck, den man dann zieht, keinen Kraftstoff mehr. Das wäre natürlich schon ein ziemlich geiles Ding. Jetzt gerade, wenn man mit einem schwächeren und stärkeren zieht, ist es aber unvermeidbar, dass der natürlich mitarbeitet, ne? So, jetzt hat's alles ein bisschen länger gedauert als gedacht. Jetzt schaffen wir es nicht mehr wahrscheinlich bis nächste Folge fertig. Dann müssen wir es jetzt sputen, ne? Schade, wird nix. Jetzt kommt hier Schlamm. Jetzt geht's ja erst richtig los hier. Ho, 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 ho. Der restliche Weg ist ja nicht so schwierig an sich. Also es könnte knapp werden, weil wir halt noch die Extraroute mit den Betonblöcken noch natürlich machen müssen. 40 Jahre zeigen. 40 Jahre zeigen. 40 Jahre zeigen. Wie das so läuft. 40 Jahre zeigen. 40 Jahre zeigen. Ich weiß nicht mal, was das für ein Lied sein soll. Ja, nee, lassen wir das einfach mal bleiben, würde ich sagen. Ich halte einfach meine Schnauze. Und dann... ...passt das. So, wir haben noch eine Minute, dann fahren wir noch ein bisschen weiter. Das passt. Gut, passt. Das passt. Das passt. Das passt. Da hat er gerade ein bisschen gezogen, der Kollop. Aber war das... Er hat geschoben, meine ich. Aber das kann er ja. Das darf er ja. Ja, denn er ist ja wirklich einfach der bessere Truck und... ...dementsprechend. Ja, ich bin so lustig, wie sich das Lenkrad von alleine dreht. Super. Ja, schön. Ja, gut gemacht. Echt schön. Ja. Wir fahren noch bis zur Kreuzung. Und dann machen wir nächste Folge weiter. Und schau mal. Aber ob wir es wirklich schaffen. Zeit ist ziemlich beschränkt. Und ich glaube nicht, dass wir das in einer Folge jetzt noch schaffen. Das wird sich dann wohl leider erst auf übernächste Folge hinausziehen. Das Etappenziel des Abschnitts A. Die anderen Abschnitte sind halt nochmal so viel größer, ne? Ach du Scheiße. Das wird noch eine lustige Geschichte. Aber gut. Ah, komm. Alles klar. Dann machen wir hier Schluss, Freunde. Nächste Folge geht es hier weiter. Da irgendwo hinten ist ja schon das mieses Geschick, sagen wir mal. Worum wir uns dann kümmern. In diesem Sinne, vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.